Ich bin Serge Nopadia, ich bin 14 Jahre alt, meine bisherigen Vereine ist Nesro-Böhrling aus Stuttgart der Kickers. Meine Position ist rechteres Mittelfeld oder rechter Verteidiger. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich auf der Position, wo ich spiele, besser bin als alle anderen. Meine Ziele mit der Mannschaft sind Klasse.